Heute geht es um 5 Games, die man auf jeden Fall als Open-World-RPG-Fan auf dem Schirm haben sollte. Gibt einiges Neues zu berichten, dranbleiben lohnt sich. Servus Gaming-Freunde, in den letzten Tagen gab es einige Informationen zu kommenden Games. Die State of Play von Playstation war von Donnerstag auf Freitagnacht und da wurden richtig geile Trailer gezeigt. Der ein oder andere hat sie vielleicht gesehen und fragt sich noch, was das genau für Spiele sind, denn die Trailer haben natürlich nicht viel verraten, um was es sich genau handelt. Es waren aber einige Open-World-RPGs eben mit dabei, die definitiv einen Blick wert sind. Es gab separat noch einen Blogpost von Playstation und da haben sie einige Intos zu den kommenden Games rausgehauen und die möchte ich euch jetzt hier in diesem Video weitergeben. Lasst doch immer gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video informiert und wer so welche Neuigkeiten in Zukunft nicht verpassen möchte, kann immer gerne mit einem Abo dabei bleiben. Eine geile Überraschung war auf jeden Fall für mich die Ankündigung von God of War Ragnarok für PC. Möchte ich ganz kurz hier mit reinnehmen, denn das Spiel ist auf jeden Fall richtig geil gewesen. Kommt am 19. September 2024 für PC raus samt dem kostenlosen Valhalla DLC und damals auf der Playstation 5 habe ich das Game maximal gefeiert. Viele Videos sind rausgekommen, der ein oder andere kann sich vielleicht auch noch an diese geile Zeit erinnern und auch die Vorberichtserstattung war echt cool. Packende Story, im Endeffekt richtig geile Kämpfe. Man hatte da verschiedenste Gegner, Bossgegner waren mit dabei, coole Fähigkeiten und man konnte wirklich einiges in der Welt erkunden, war sehr abwechslungsreich und ich hatte da auf jeden Fall meinen Spaß und es lohnt sich wirklich in diesen Titel reinzuschauen, wenn man in die Richtung Action-RPG-Fan ist. Nun kommen wir zum ersten Game und das ist eine komplette Neuvorstellung. Baylet of Antara, der Trailer mit im Gameplay, sah schon sehr geil aus. Es handelt sich hierbei um ein Action-RPG. Es ist eine neue IP, die mit der höchsten Detailgetreue gestaltet wurde. Die Entwickler haben sich hier vorgenommen, eine riesige Welt zu erschaffen, sowohl geografisch als auch kulturell. In dem Game gibt es zwei Welten. Es gibt einmal die normale Version, wo normale Leute vorkommen und in der anderen Version erwarten uns eben seltsame Erscheinungen und Begegnungen. Das Ganze wird Para genannt. Die grundlegenden Essenzen der echten Welt verschwinden und werden in Para von einer Invasion einer unsichtbaren Macht gefangen. Und hier beginnt dann eben die Reise. In dem Game wird es uns an exotische Landschaften verschlagen. Jeder Spielort ist von Hand gemacht und feinsäuberlich auf der Erkundung ausgelegt. Jeder Ort hat eben seinen eigenen Para und so erleben wir ganz unterschiedliche Biome, Geschichten, Helden und Gegner. Baylet of Antara ist ein Action-RPG mit unterschiedlichen spielbaren Charakteren. Jeder Charakter hat die Fähigkeit zwischen den Welten von Normalität und der Unvorstellbarkeit zu reisen. Sie heißen übrigens Abgesandte. Abgesandte. Jeder Abgesandte hat eine eigene Klasse, Spielfähigkeiten und eine eigene aufregende, mysteriöse Geschichte zu erzählen. Neben der Einzelspieler-Geschichte gibt es auch eine Multiplayer-Option für bis zu drei Spieler. Ihr könnt also mit euren Freunden oder anderen Spielern euch noch im Land rumbewegen und zum Beispiel Geschichten-Quests abschließen oder fein säuberlich gestaltete Dungeons. Das Ganze hört sich für mich auf jeden Fall schon mal richtig geil an und es sieht auch geil mit dem Trailer aus. Das Spiel soll 2025 erscheinen. Die Entwickler sind da schon vier Jahre dran. Und das Spiel soll auch nach Release noch länger supported werden. Es soll neuer Content immer wieder reinkommen. Neue Abgesandte, neue Zonen und mehr. Das Einzige, was mir momentan noch nicht so gut gefällt, muss man mal abwarten, wie es sich entwickelt. Es ist ein Free-to-Play-Titel und irgendwie müssen natürlich die Entwickler Geld verdienen und mal schauen, wie das eben passieren wird. Es soll auch noch dieses Jahr eine Beta erscheinen und da kriegt man natürlich dann auch nochmal neuen Einblick in dieses Game. Aber das Free-to-Play, ja, sehe ich noch ein bisschen, bin ich so zwiegespalten, aber mal schauen, vielleicht werde ich auch positiv überrascht. Ein weiteres interessantes Spiel ist Where Wins Meet. Das Spiel ist schon etwas länger bekannt. Ich habe es schon 2023 auf der Gamescom entdeckt und wir haben hier ein Open-World-Kampfkunst-Spiel für die PlayStation 5. Das Game befindet sich mittlerweile schon fünf Jahre in Entwicklung. Das Ganze wird ein Vuxia Open-World-Abenteuer-RPG. Vuxia ist ein Shore von Romanen und Kinofilmen, in denen es um einen Krieger aus dem alten China geht, die oft übermenschliche Fähigkeiten in der Kampfkunst hatten. Wir sind als junger Krieger oder eben als junge Kriegerin unterwegs und haben die Chance, die faszinierenden chinesischen Kampfkünste zu erlernen und unsere Kampffähigkeiten ebenso zu verbessern, Rätsel zu lösen und durch die weiten Landschaften zu reisen. Man kann zum Beispiel durch die mystischen Mächte steile Klippen hochlaufen oder mit hoher Geschwindigkeit über die Wasseroberfläche laufen, Gegner mit der Macht des Ski aus der Entfernung besiegen oder Gegenstände an sich ranholen. Die Kampfkünste erlernen wir, indem wir Tiere beobachten und nachahmen. Dadurch können wir zum Beispiel wie ein Drache Feuer speien, wie eine riesige Kröte springen oder wie ein Löwe brüllen. Lauter Fähigkeiten, die sich im Kampf nützlich erweisen. Wewin's Meech spielt in einer Phase der chinesischen Geschichte, die als Five Dynasties oder eben Ten Kingdoms bekannt ist. Für den Wickler bietet diese Zeit eine aufregende Möglichkeit, diese junge Heldenfigur einzubetten. In der Geschichte erfahren wir mehr über unsere Identität, verstehen den historischen Hintergrund diesen Abenteuers und werden aufregende Begegnungen mit besonderen Charakteren erleben und eventuell gegen sie kämpfen. Die Open World wird riesig. Wir werden durch ganz unterschiedliche Regionen reisen, die viele historische und kulturelle Landmarken enthält, mit verschiedenen NPCs interagieren und den Vuxia-Einfluss genießen, der sich deutlichen Rätseln und der Geschichte zeigt. Das Game fokussiert sich stark auf das Thema Kampfkunst. Waffen sind ein wichtiger Teil unserer Kampffähigkeiten. Es gibt zum Beispiel Speere, Fächer, Doppelklingen, Schirme und Gläfen. Kung-Fu ist ebenfalls mit dabei und erweitert das Kampfsystem. Auch dieses Spiel, finde ich, hört sich echt cool an. Nicht nur mit dem Trailer, sondern auch nochmal die ganzen Infos. Und ich bin gespannt, wann ich euch zu diesem Game auch nochmal mehr erzählen kann. Das dritte Game ist Path of Exile. Das ist ein Free-to-Play-Action-RPG der nächsten Generation und erscheint eben auch für die Konsolen noch dieses Jahr im Early Access. Und wer auf jeden Fall Diablo-Fan ist, sollte sich dieses Spiel nicht entgehen lassen und mal genauer hinschauen. Mein Kollege meint immer, wenn das Spiel rauskommt, dann wird Diablo 4 tot sein. Bin ich mal echt gespannt, wie viele Spieler rüber wechseln werden. Und man hat hier wirklich einiges schon mitbekommen. Auch gerade ein sehr großes Endgame mit 100 verschiedenen Karten. Jeder hat einen eigenen Bossfight und Modifikatoren. Und ich bin auch echt sehr, sehr gespannt, wie der Bildbau wird. Und freue mich auch riesig auf dieses Spiel. Game Nummer 4 ist mein absoluter Favorit. Und zwar Monster Hunter Wilds. Schon am Freitag habe ich da ein sehr ausführliches Video für euch rausgebracht. Zu den ganzen neuen Infos möchte ich es aber auch hier nochmal mit reinnehmen. Denn das Spiel ist meiner Meinung nach definitiv einen Blick wert. Wer es vielleicht jetzt hier von euch noch nicht kennt, was ist Monster Hunter? Man kämpft gegen riesige Monster mit unterschiedlichen Waffen auf unterschiedlichen Karten. Und das geht wirklich richtig ab. Wenn man das Monster besiegt hat, kann man neue Ausrüstung herstellen. Wird so eben immer stärker. Kann sehr geile Builds bauen mit den unterschiedlichen Waffen. Und das Coolste, man kann es nicht nur alleine spielen, sondern bis vier Leute zusammen. Und das macht eben unfassbar viel Spaß. Monster Hunter Wilds ist dann der neueste Teil der Reihe. Soll 2025 erscheinen. Und uns verschlägt es in ein neues Land. In die verbotenen Lande. Eine Karte, eine Region wurde eben schon im Trailer gezeigt. Sie besteht aus unterschiedlichen Gebieten. Ein Wüstengebiet, dann eben eine felsige Landschaft. Aber auch zum Beispiel eben eine Steppenlandschaft. Wo dann ein bisschen mehr Vegetation ist. Das Gras der Capcom, die Entwickler legen sehr viel Wert auf das Ökosystem. Das alles wunderbar miteinander funktioniert. Die Welt kann sich immer wieder verändern. Und die Tiere sind auch sehr stark miteinander vernetzt. Dass sie gegeneinander eben kämpfen. Dass sich das Ganze, die Welt so echt wie möglich anfühlt. Und das war eben schon bei Monster Hunter World extrem cool. Und hier wird das Ganze mit Sicherheit getoppt werden. Mittlerweile ist auch bekannt, es wird mehrere Regionen geben. Aktuell haben wir eben nur diese eine Wüstenregion gesehen. Ich bin mal super gespannt, wie sieht es mit dem Dschungel aus. Noch Hochebene etc. Da freue ich mich auf jeden Fall riesig. Das Reittier ist auch richtig cool. Gab auch eine neue Funktion, wo jetzt preisgegeben wurde. Man konnte davor schon munkeln. Jetzt ist es auf jeden Fall bekannt, dass man auf dem Reittier eben zwei Waffen mitnehmen kann. Und die dann eben hin und her wechseln. Und sich so eben perfekt auf die Kämpfe anpassen kann. Finde ich eine mega geile Sache. Die 14 Waffen gibt es eben wieder, wie in den früheren Teilen. Aber sie haben neue Aktionen bekommen. Es gibt auch so einen neuen Fokus-Modus, wo man eben die Schwachstellen der Monster sehen kann. Die Monster haben eben bestimmte Parts am Körper, gegen die man mehr Schaden macht. Und die kann man mit diesem neuen Modus hervorheben. Die Schleuder ist wieder mit dabei. Man kann zum Beispiel jetzt eben aus der Entfernung irgendwelche Ressourcen sammeln. Und ich finde, das Ganze hört sich schon echt richtig geil und sieht auch geil aus. Und das ist auf jeden Fall mein heiß erwartendstes Game, das eben nächstes Jahr erscheinen wird. Game Nummer 5 ist jetzt etwas anderes. Aber ich möchte es hier trotzdem mit einem Video aufnehmen, weil es etwas sehr Besonderes ist. Und ich habe mich mega über diese Ankündigung gefreut. Und zwar heißt das Spiel Astro Bot. Hat natürlich eine besondere Grafik. Aber als Playstation 5 Fan muss man auf jeden Fall dieses Spiel kennen. Oder eher gesagt das Spiel, was auch jetzt schon draußen ist. Und zwar gibt es das Spiel Astro's Playroom. Das ist kostenlos für die Playstation 5. Und kein Spiel hat eine bessere DualSense-Controller-Unterstützung mit dem haptischen Feedback und auch mit dem adaptiven Trigger. Wenn ihr mal einen Playstation 5 Titel gezockt habt, sei es Last of Us, sei es Horizon oder andere Spiele, wo ihr schon so ein haptisches Feedback habt und sagt, ja das ist jetzt ganz nett. Dann müsst ihr wirklich mal Astro's Playroom spielen. Das ist wirklich ultra krass, was man aus diesem Controller rausholen kann. Das habe ich bei weitem, bei weitem in keinem anderen Spiel erlebt. Und viele Kommentare gab es dort eben, dass das Spiel mega cool ist. Und jetzt haben eben die Entwickler sich dazu gerungen und gesagt, wir bringen hier ein separates Spiel raus. Und das heißt Astro Bot. Und ich bin super gespannt, was wir dort alles erleben können. Es hört sich auf jeden Fall richtig cool an, dass wir uns hier auf ein Weltraumabenteuer geben. Und in diesem Spiel ist es immer so, dass eben Playstation-Komponenten, Hardware-Komponenten im Spiel eben vorkommen von den verschiedenen Generationen. So war es zum Beispiel in dem Astro Playroom. Und ja, mit dem neuen wird es wahrscheinlich auch so sein. Man sieht eben, wie der DualSense-Controller sich zu so einem Gleiter, zu so einem Raumschiff verwandelt. Und da reisen wir eben durch die Galaxie. Und das hört sich wirklich gigantisch an. Es gibt sechs Galaxien, über 80 Levels. Und eben in dem kostenlosen Spiel, was jetzt schon draußen ist, gab es auch immer sehr coole E-Sex, zum Beispiel auch zu Monster Hunter. Jetzt zum Beispiel sieht man eben auch zu God of War etwas im Bild. Seht ihr hier eingeblendet. Ich bin super gespannt, was sie da alles eingebaut haben. Und es sind eben einzigartige Planeten, üppige Wälder, Sandstrände, heiße Vulkane, verblüffende Gebiete. Und ich bin super gespannt, was wir eben dort alles erleben werden. Am Ende des Levels gibt es dann auch jetzt ganz neuen fetten Boss. Es gibt 15 neue Fähigkeiten, die man einsetzen kann. Das Ganze wurde deutlich eben aufgebohrt zu einem richtig großen Spiel. Es gibt 70 neue Gegnertypen, die man dann eben im Spiel erleben darf. Und da freue ich mich echt drauf, wenn ich da mal privat Zeit finde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, auf dem Kanal werde ich es nicht bringen, weil es wahrscheinlich zu weit auseinander geht. Aber privat werde ich mir das Spiel anschauen und freue mich da auf jeden Fall riesig drauf, mal zu spülen wieder, wie und krass, was man eben alles aus diesem DualSense Controller rausholen kann. Und das hat wirklich für mich persönlich kein anderes Spiel geschafft. Das Gang kommt am 6. September raus. Ich hoffe, die ganzen Infos von diesem Video haben euch gefallen. Was eben für neue Open World RPGs auf uns zukommen werden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bin gespannt, wie eure Meinung zu diesen Spielen ist. Und ansonsten, wer in der Zukunft dazu nichts verpassen möchte, kann immer gerne mit einem Abo dabei bleiben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.